Mama, hör Spitzel aus seinem Käfig. Nein! Du kannst ihn während der Fahrt nicht rausnehmen, das ist zu gefährlich. Aber er möchte auf meinem Schoß sitzen. Wir sind in 20 Minuten da, Mäuschen, ja? Mama, können wir gar nicht gehen. Du kannst gerne eine Banane haben. Äh, ich glaube, der hat zu links gemusst. Ach, scheiße! Bitte lassen Sie mich durch, meine Ärztin! Sie dürfen hier nicht durch. Aber da sind doch noch Leute drin! Es tut mir leid! Da sterben Leute! Wir warten auf eine europäische Lösung. Was? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR